Clips aus Ableton Live kann man einfach hier aus dem Projekt, nicht hier in diesen Clips-Bereich, aber hier in der User Library unter Clips reinziehen. Und das bedeutet, wenn sie da immer drin sind und man ist jetzt in irgendeinem anderen Projekt, kriegt man sie da auch wieder raus. Clips haben hier die Endung .alc.